Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Microshoff Ich weiß nicht. Ähm ja. Ich bin nicht hinterher. Ähm, lass pengen. Also ich mach wieder, ich mach, ja stimmt. Ich mach meine Farben weiter dann. Ich mach das Dach weiter. Die Frage ist, wie mach ich das? Ich brauch erstmal noch ein paar Steine. Ja, äh, dieses Samstag kam kein Video, Ich hab keine Zeit gehabt. So relativ. Und unter der Woche? Wir versuchen immer aufzunehmen. Unter der Woche scheiße, weil wir am Montag Dienstag mit was vorlangend schwimmen. Dann viel Donnerstags die Lust und Freitags wird noch mehr die Lust, weil wir müde sind. Spricht, wir kommen erst Samstags abends zum Aufnehmen. Ja, Moment. Äh, ich suche die Behindertsteine. Das ein. Achja, Moment baut ein bisschen Farben. Ich gefleischt. So, jetzt. Oh, ist noch ein paar Koppels. Koppel, ey, nein. Okay. Wo sind überhaupt Dinge, äh? Die Teile, äh, die... Ach, scheiß drauf. Schlägt einfach da ab. Ah, den ganzen Geschöp. Kurbelis, Kurbelis, Kurbelis. Ich hab noch Kürbiskerl. Hast du was zu essen? Nö, ich fress die ganze Frotte das Fleisch. Da, noch drei Stück. Ist das überhaupt dein Gehirn in dem Ding? In dem Texture Pack? Vor allem, es heißt Zombie Brain. Ich weiß immer noch nicht, ob so ein Texture Pack liegt oder nicht. Wechsel mal bitte zu Default. Und guck mal, wie es heißt. Default? Ja, ich kann grad nicht mit einer Aufnahme. Ein Moment. Resource Pack. Du sagst mir dann bitte, wie das heißt. Ich hab's nicht. Ja. Ich hab's vergessen. Fault. Ne, warte, warte, ähm... Gib mal eins, weil ich hab keins mehr. Warte, komm. Ich hab mir grad ein paar Kurbelis geholt. Ich hatte... Verrottetes Fleisch. Ja, hammergeil. Bei Fax heißt das Zombie Brain. Na, geil. Ich hab's geändert. Ähm... Ich hoffe jetzt halt nicht... Ich hoffe jetzt halt nicht, dass... mein... headset, mein Mikrofon und so bla bla... übersteuert immer... nicht mehr so übersteuert ist. Und... ja... einigermaßen besser ist wie vorher. Melonen. Ich hab's mal zwei. Halt... Machen wir mal... paar... Mach ein paar Kerne draus. Mach ein paar Kerne draus. Geht nicht, sind keine vier Stück. Kerne? Warum brauchst du dafür vier Stück? Ah ja, nein, stimmt. Ach, Fail. Leck mich. Leck mich. Warte. Ich brauch Holz. Ich muss Holz vor allem gehen. Mach das. Was? Ich muss die Maus ins Video stellen. Die ist irgendwie zu... Bumm. Da fliegt... Da hat eine Flasche geflogen. Ja. Hä? Ah, da vorne fehlt... Auch... Es war noch eine Steintreppe. Hab ich grade gemerkt. Zack. Da ist noch eine Melone gewachsen. Ah, meine. Ich hab das grad abgebotzt. Wieder nachgewachsen, Alter. Ähm... Okay, Holz. Erstmal... Axt machen. Aber wir ersetzen ja außenrum alles durch Melonen, gell? Hm? Also... Was ist los? Ich mach das auch wieder weg. Melonen sind besser. Wie ist das Scheiße? Ähm... Ach, meine Maus fängt schon. Ich wollte mir eine Axt machen. So, ich weiß nicht mehr. So, zwei davon... Äh... Drei Eisbarn davon... Ich bin am Grübeln. One day on... Nein, das ist... Habe ich hier noch irgendwo? Oh... Stein ready! Sind alle Kobbels gebrannt worden? Mh... 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 Oh, halt die Schnauze! Ach, leckere Schnauze! Ach, leckere Schnauze! So... Ich mach die Blätter da wieder weg! Was denn? Ich mach die Blätter auf dem Haus wieder weg! Die sehen doch ein wenig hies lieber aus! Ich mach die Blätter! Ich mach die Blätter auf den Haus wieder weg! Ich mach die Blätter auf den Ort! So... Ok, wir müssen jetzt mal herstellen! Hä? Wir haben kein Wort von YouTube gesagt! Ja, ich weiß jetzt was, ich bin gerade so eingefallen, random. Ja. Ähm, die neue Kommentarfunktion. Ihhh! Da sage ich ja nichts zu, ohne Scheiß. Einfach nur behinder, ey. Ding, äh, mit meinem zweiten Account, wo ich einfach nur Videos gucke, habe ich mich gerade zwei, drei Tage lang gefragt, wieso ich keine Kommentare schreiben kann. Und wieso? Weil ich keine, weil ich, äh, weil ich kein Google Plus Konzert oder sowas, so ne Scheiße. Ich schreibe eh einen Kommentar von dem SMB, oder? Ja, trotzdem will ich die Optionen haben, alle. Pff, wichtige. Ja, Mann. Okay. Aber das jetzt auch mit Google Plus verbunden ist richtig scheiße. Ne, ey, die Scheiße benutzt eh niemand. Ja, du kannst ja von Google Plus drin, und dann kannst du ja keinen Kommentar schreiben. Ja, das ist dann auch scheiße. Man will vielleicht einfach die Optionen haben. Ne, ich brauche sie. Haben wir noch die Schere, oder ist sie kaputt? So wie Schere, mit mir? Keine Ahnung. Ähm, da haben wir den. Ich hoffe, man hört das Maus. Ich höre so arg. Oh, Scheiße. Ich hasse Google Plus. Es gibt da so ne Petition. Puh. Petition. Hat auch schon gehört. Warum machen die jene? Die haben keine Chance gegen Google. Die haben zu viel Macht. Warte. Mein Scherz. Ja. Von die Wurrensöhne. Puh. Okay, das sind zwei Stacks. Klar scheiße. Ich deb. Du deb. Du deb. Äh, Marcel? Ja? Du kennst doch die Serie Chuck nicht, gell? Nö. Kürst du dir an die Skyl. Wieso? Die ist geil und deswegen. Ich bin grad bei der vierten Staffel. Es gibt nur fünf Staffeln. Sag die. Was schwierig du? Ich bin bei Staffel 4 Folge 16, glaub ich. Oha, die Millionen wachsen die Haare. Die Serie ist geil. Nö. Egal, ich fress jetzt. Ich kann die nur jedem empfehlen. Ich schlöch, guck sich nicht an die Schrake. Ich schlöch, guck sich nicht an die Schrake. Die Frage ist, komm ich jetzt. Uuuuh, ich hab nur anbraucht. Uuuuh. Uuuuh. Was für eine Musik ist denn das? Ja, die Musik, wir haben jetzt Perns. Nämlich es geht gar nicht spielen. Was denn? Ja Leute, diesmal hab ich keine Team. Keine Team, man. Wir wollten anfangen. Wir wollten. Ist aber auch kein Scheiss egal. Ja, ich hab eh... NEIN! Das wär nicht runtergefallen. Näm. Das muss doch nochmal weg. Äh. Nein, das geht gar nicht. Bringst du ein bisschen... Bringst du ein bisschen viel Holz mit? Ja. Gut. Ich falle die Pflanze gerade so nachher. Ja, weil die Pflanze ist voll... Oh nein, wirklich nicht. Warte mal, ich hab's nicht gelegt. Ich hab nen Apfel. Und hier sind viele Pumpkens, warum auch immer. Ähm. Sobald ich dann hier die Wand fertig hab, geh ich wieder in der Höhle. Viel Spaß. Was machst du? Äh. Ich... Frag mich nicht. Frag mich mehr bei Essen fahren, Alter. Huch. Uh, noch mehr Carrots. Da bin ich zu überfragt, sorry. Warte, ich muss denken. Ich esse jetzt einen Apfel. Oh, das ist Glättring gespawnt. Okay, wir müssen auslöschen. Soooo. Hbw noch Stock her da. Ah, ich hab noch was zum hochladen. Das sind Indie-Dings-Ruster. Hab ich überlegt, auch noch zu spielen. Ich fand, ich find's cool. Was? Ich find's cool, das Spiel. Hm. Haben wir letztes Jahr schon angesehen? Ja, schlats heute Abend hoch, schlats dann frei. Irgendwann. Hast du Lust dazu? Ja. Ja. Natürlich nicht. Irgendwann. In 1000 Jahren. Wo wir eigentlich nicht mehr leben. Doch, Alter, ich leb noch. Naja. Man wird hier so schnell fressen, ey. Man kommt gar nicht nach. Sicher, dass das auch wirklich difficulty 1 ist? Ich kann's aber noch machen, Slash. difficulty 1. Okay. Okay. Es wird nachts. Lol. Äh, lilane Bäume? Was bedeutet das? Sumpf geht, ja. Ey, ich will Pilzbjom finden. Verlust. Hoffentlich findest du noch nach Hause. Was? Hoffentlich findest du noch nach Hause. Also. Ja klar, von mir hast du den Dschungel. Ah, du bist dafür über die Berge gegangen? Wolltest du Dschungelholz? Nein. Normales. Gott. Ich mach mir mal so ein paar Spitzhacken schon mal für dich. Kommst du mit dir hin oder machst du was anderes? I think ich komm mir mit. Soll ich auch weißes Holz damit? Sag mir mal alles Holz, was du so kriegst gerade. Na, okay. Soll. Toll, es wird nachts und du bist nicht da. Wo machen so? Ich brauch immer ein Raub, was willst du? Aber an Dingholz kommst jetzt nicht ran, ne? Ja, an was? Winterholz. Lefte mal bitte. Einen Moment. Noch ein Bauch. Kannst wieder drauf. Ich hab gleich drei Stacks. Ja, okay. Dann land dann auch mal. Soll ich sagen. Oder eine von... Ein von uns keine Höhle, eine legte Boden so heim aus. Ich mach den. Okay, dann geh ich schnell wieder. So stirbst du eh sehr. Das ist meine Spezialität. Was willst du? Dein Traumberuf. Sterb und wiederbelebt werden. Ja. Was willst du? Hey, wenn es gehen würde. Glaubst du eigentlich an Ding? An was? Ähm. Du wiedergebotener, wie du es hast. Na. Ich auch nicht. Das ist nur große Kacka. Oh ja. Also du hast du grad paar Dinge, Religion, äh, Ding. Ja. Ist mir leid, ist aber egal. Ist mir auch egal. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Es gibt den. Da oben nicht. Ja, hier ist ne andere Meinung. Ich weiß. Ich hab... Ich bin... Ich hab... Wie soll ich sagen? Ich bin... Ich hasse jetzt die, die nicht gut dran glauben. Weil ich mich eigentlich nicht egal ist, welche Religion man muss. Okay. Sonst würde ich dich ja hassen. Wo bin ich lang gelaufen? Um herher zu kommen. Bis oben ist 6, ist unten ist 6. Ich bin einfach nur geradeaus gelaufen. Das ist das Schlimme. Ich muss noch beschäftigt gehen. 3... Was? Was war das? 307? Okay. Und was? 514. Nein. Ich glaube, ich bin noch beschäftigt. Schau sie. Ne. Ich hole jetzt jemanden ab. Den haue ich einfach kaputt. Ich würde schon extra in der Höhle gehen. Aber... Ohne Wasser einfach nehme ich mir auf jeden Fall mit. Aber... Was? Ich brauche noch essen. Hier, du kriegst verrottetes Fleisch. Brauche ich nicht. Oh no, oh no. Das fahre ich mir ja die ganze Zeit hier essen. Ich habe auch 3 Äpfel, wenn du willst. Ne, ne. Passt schon. Oh, du bist da. Aus was du den Boden machst, such dir aus. Holz. Aus dem Weißen ist typisch gut aus.